Sie haben es gesehen. Potenzial. Aber vor allem Notwendigkeit. Und Sie haben den ersten Schritt gemacht. Sie haben digitalisiert. In Ihrer Kanzlei und in der Verbindung zu Mandanten, zu Partnern und Gerichten. Denn Sie wussten, wer Recht durchsetzen will, muss auf Augenhöhe bleiben. Auch mit der Zukunft. Ihr Credo ist Weiterentwicklung. Ihre Basis, die Berufsethik. Das Mandat im Fokus ist das Recht, Ihr Antrieb. Deshalb haben Sie nicht nur reagiert. Sie haben selbst gestaltet. Nicht nur für Ihre Mandanten. Nicht nur für sich selbst. Sondern am Ende für uns alle. Für den Berufsstand. Für die Rechtspflege. Für unsere Gesellschaft. Danke für Ihr Sehen und Handeln. Wir unterstützen Sie dabei. Haufe Advolux